habt ihr eigentlich schon geöffnet ja klar weil normalerweise ist immer ziemlich das ist natürlich schön wo finde ich den ratgeber so gelingt die perfekte weihnachtsfeier ich arbeite nicht hier ach so ich bin autor macht nichts zur autogrammstunde ja sie sehen ja ganz für jünger oder frisch getrennt aber herr schröder sie auch wenn sie einmal für franziska schreiben jetzt quasi aber ich spiele keine rolle jetzt für franziska